. Sie hab ich doch gar nicht damit getroffen, Mann. Okay, 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 alle in der Ruhe! 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 Vorsicht, heiße Kartoffel. Also, an der Ecke die Richtung Halle 1 zeigt. Also da vorne muss er stehen, entweder unten oder oben. Oh, oben Spieler drauf. Einer tot. Noch einer tot. Oh, Sekte. Oh, wir machen aus dem heutigen Tag Gammelgear Friday. Wir spielen heute den gammligsten Kram. Also machen wir quasi den Sekten Friday. Das Auto ist geflogen. Nicht erschrecken. Scheiß Lampe. Nerven in den letzten Raub. Nervt mir den letzten Raub, habe ich das wirklich gesagt? Werd schon ganz irre, Mann. Sprachen lernen, Bubble. Hat die Tür aufgemacht? Ich könnte Buka, äh, Buka. Ich kann Karate-Move machen. Schieß mir in die Beine. Mit Fischett? Tu es. Du bist ges... Du hast dich nicht hochgeheilt. Das ist noch schlimmer als das, was Quartix gemacht hat. Hat es sein, dass ich vergessen habe, nachzuladen? Und keiner sagt was. Best Patch ever, Alter. Hier, mit springen? Auch gut. Das ist das Fisch, das. Was? Spring. Dann mach mal. Leck ich doch. Ja. Springen wir und springen. Okay, jetzt geht's. Loi. Was ist das für ein Scheiß? Jetzt ist ein Bursch hinter dem Stein, ist er jetzt. Jetzt ist ein Bursch hinter dem Stein, oder ist er jetzt? Den, den, den Stein, ey, der hörst du nicht. Nope. Ich sehe einen. Einer ist tot. Ich habe meinen Shooter Born fertig. Aha! Target spotted. Bin tot. Hier, komm, wir schenken dem Skepp eine Waffe. Bist du auch? Joink. Ich wollte sie dem da geben. Wir müssen Oma nach Pankyland suchen. Ja. Deine Waffe guckt übrigens. Du hast gerade einen Rucksack gekackt, Alter. Ja, hast du dich jetzt eingenäßt? Alter, ja. Ich bin Elite-Soldat. Ich habe keine Ausdauer. Sorry. Ich bin Elite-Soldat. Sie haben das noch nicht. Ich bin Elite-Soldat, mein Ziel. Alles tot. Wie alles tot? Wo bist du? Da unten. Was hast du getan? Keine Ahnung? Erwin! Stopp! Ach komm, ich will doch nur einen schönen Schuss mal wieder setzen. Moment, das hört sich absolut falsch an. Oh ja. Okay, nein, Chat, ich möchte mir keinen Schuss setzen. 300. Ne, 250. Hast du den Holzsteppen hören, oder was? Ich hab den Holzsteppen hören, ja. Hast du ihn? Was? Hast du ihn? Wie, ich hab ihn. Ich weiß nicht, ob der toll ist. Hat er auch immer so, äh, äh, gesagt. Ich bin jetzt dahinter, weiß ich. Ja, ja, ich weiß. Er ist tot, du hast ihn durchgegeben, ich war nicht getötet. Beide. Kann man mit dem runterfliehen? Oh, das wär geil. Kann man auf den landen? Alter, dass fuchs nicht wieder! Haha, ha! Aaag! Ahhh! Ahhh! Tuh! 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 Bis zum nächsten Mal.